Ein ganz feines Angebot, mit dem die Rupertus-Therme jetzt Kinder, Mütter und Väter verwöhnt. Schokolade auf der Haut. Eine neue Wohlfühlmassage, die miteinander erlebt werden kann. Die Schokolade duftet sehr gut, ist was für große und kleine Naschkatzen. Und die Schokolade wirkt auch sehr pflegend auf der Haut. Das Schokolade-Öl-Elixier tut gut, die Massage sowieso und zusätzlich gilt hier, gemeinsamer Genuss ist doppelter Genuss. Also es war sehr schön und ich fand es am schönsten bei den Füßen und ich finde es gut, dass es jetzt auch für Kinder gibt. Also alles zusammen fand ich gut. Also ich fand es auch sehr angenehm und ich finde es ganz toll, dass man sowas jetzt auch mal mit den Kindern erleben darf. Die Schokolade war sehr angenehm auf der Haut und es riecht ganz toll. Insgesamt einfach nur angenehm. Ein angenehmes, gemeinsames Erlebnis. Mit dieser Schokomassage werden alle Sinne verwöhnt. Ein Angebot für alle Mütter, Väter, Kinder. Für alle Eltern, die gern mit ihren Kindern mal hier einen Tag verbringen möchten, Wellness genießen möchten. Sie können mit Sohn und Tochter kommen, werden gemeinsam in einem Raum massiert. Die können gerne online, telefonisch oder persönlich in der Rupertus-Therme einen Termin reservieren. Auch als Gutschein erhältlich natürlich. Natürlich. Auch eine außerordentlich süße Geschenkidee. Die Mutter-Vater-Kind-Schokoladenmassage in der Rupertus-Therme.